Hallo und Willkommen zu einem neuen Video auf Cyborg.01 ähm heute spielen wir wieder mal in Fortnite nichts besonderes auf jeden Fall ähm ja mit Controllercam oder halt mit Handcam die ich gleich mal anschalten werde warte so habt ihr angeschalten und ja ja der Jan ist auch dabei also Captain Spocky bei mir ist der Jan ist hier los auf jeden Fall ja könnt ihr jetzt ja mal ne Runde starten Jujujujuj California Dreaming so in der Runde angekommen ähhh hallo so 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 das wird was du hattest auch den Neusweikauf Video auf oder was du hattest auch den Neusweikauf Video auf oder h h Daily Upload ab nächster Woche in den kommentaten könnt ihr eigentlich schreiben jedes live wird verhandelt also so ganz freundlich war ja hierzu folgt auch weil das ganze habe ich eben aufgenommen muss ich noch schneiden war zu faul dafür 0 und da will ich auch da muss gleich die pickaxe action kommt ich mach doch keine pickaxe action guten tag ich bin Pirate es geht bei dir ab tschüss da bist du wohl weg vom Fett oh lol du hast jemanden für ah da oben ist er ein teammate ok jaa stuf 95 klick und heute ich nehme lieber die jährigen um die Fruchtbinde mit ich mag die viel mehr und man sieht das am Ende gar nicht ah das sieht man so dann eh n 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 machen jetzt als ich dir geschenkt habe bitte oha der Wettbewerb mit dem mit dem um für die Mühle aufpassen sieht man nicht so weit unten wie du gerade bist noch mal mehr und neiglich von einem Internet in den Jahr Ja, das kann ja immer noch so scheiße. Ah, da ist einer. Hallo! Oh, ich glaub, der hat nicht mehr viel HP. Ah, ein Mini kann ich dir übrigens noch geben. Ah, Attacke! Oh, da liegt ein Mini, den ich selbst markiert habe. Wow. Hoffentlich wird jetzt mal in meinem Video endlich mal nebischer sein. Komm zurück, du feige Helikopter. Ich bin noch nie in einem meiner Videos nebischer. Ich hab mal in einem Livestream. Das wäre so traurig. Doch, in einem schon. Hä? Wie in einem? Hey, mit einem Livestream. Hätte ich auch gesagt. In einem Livestream, aber in keinem Video. Es ist immer so eine Überforderung, wo er eigentlich keinen hinmacht, weil die kann überall im Weg sein. Ich glaub, ich mach die Linkshinder. Oh, nein! Wo bist du? Oh, da hinten. Oh, da hinten. Okay. Jetzt. Oh, oh. Weife ist nicht mehr, oh, oh. So weit ist es nicht mehr. Oh, oh. So weit ist es nicht mehr. Oh, oh. So weit ist es nicht mehr. Oh, oh. Prozent oder im Zoller der Zeug mit Leidenschaften ein paar ich brauche ich neustadtlos Prozent er ist auch noch in der Kroto und so ein Zeug nur Katja gleich holen ja Junge Prozent ein Blutsel das war es auch die Fäcke wie soll erlernen das hat verschiedene Seitenhörer und dann wird so angezeigt so er hat mich ein Jahr aber eigentlich das wird trotzdem das geht trotzdem nicht gehen wir die mal aufmischen BAM BAM tut mir leid oder ist ein Gegner, oh oh, der Gegner kommt selbst gleich ja weil ich die weggehezen ich scanne mich eigentlich voll dumm, man kann hier einfach rein ich weiß oder hier sogar Aua oh Gott die hat mich halt so was für eine Wand schottet, Alter Aua oh oh moin, Alter jetzt oh, bitte nicht oh oh Attacke oh Alter so die Äxen geht hier gerade ab hast du Medica, das ist für mich oh 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 das heißt für uns gleich tot hör jemand oh Freunde oh Alter der hat mich überverfrocken, der stand einfach nur so da kann sie mich wieder holen, ne? ich will dich oh Alter wenn's jetzt mal ein epischer Sieg wird Aua, hey komm jetzt, jetzt schaffen wir's das wird der epische Sieg in meinem Video das wird der epische Sieg Aua Aua wow ich war schon drinnen ich hab's nicht mehr ich hab's nicht mehr ich hab's nicht mehr zu lange gehen ich hab's nicht mehr kaputt sein gut 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 und wir sind wieder in Retail oh oh jetzt lasst du unseren Helikopter abstürzen das geht gar nicht so absturz 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 wo ist jemand? ich seh keinen da da ist noch ich muss die Truhe da noch holen so wie HP ich jetzt ich höre sie noch ich höre sie noch ich höre sie noch es gibt noch Hoffnung oh wow oh wow ok hier muss sie irgendwo sein hier irgendwo sein da müssen wir wagen da müssen wir wagen oh wow hier war auch kein Medikid oder so dann ist für uns wird die Runde oder sieht nicht so gut aus doch doch ja es nehmen noch elf Leute und wir waren haben scheiß weniger von auch mal die Runde sieht gar nicht gut aus Vorsicht da baut sich halt immer anders noch er macht auch dreckig was willst du warum warum so lust Dank 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 Jo Kontrolle ich machst du mit der hat die germ auch in zweiter Runde werde ich auf jeden Fall nicht über ich denke jetzt habe ich schon der Aufgabe von 20 Minuten oder so was Herr, wir sehen uns zurück in der Lobby. Ähm, ja, ähm, zurück in der Lobby angekommen, die Runde, wir wurden, äh, wir wurden vierter Platz, glaube ich, keine Ahnung. Lobby? Was? Hört, ich hörte es nicht. Ja, okay, ist mir egal. Auf jeden Fall, wir sehen uns, oder wir sehen uns dann beim nächsten Livestream, oder beim nächsten Video. Ja, ähm, ciao.